moin herzlich willkommen hier am dienstag zur nächsten folge von unserem oder von meinem let's play die viecher hier haben keinen den ganzen mehr 12 also erst alles klar bis dahin müssen die noch verdursten das ist ja schade gut dann ist das so die werden schon irgendwie klar kommen wie viel öl haben wir denn überhaupt ja ich weiß ich kann das auch alles eigentlich über öl haben wir ganz viel diesel ist voll karton paletten haben wir noch ein paar warum nicht die da so komisch das muss ja auch nicht sein ja 22 und 19 prozent das ist doch alles schön mit dem wollten wir gar nicht fahren da muss ich doch wo man sachen abholen was und wieso verstehen die sich jetzt nicht man naja im großen ganzen muss man sagen dass das schon recht gut läuft hier mit den helfern und mit den abfahrern und so oh man a Kann doch nicht wahr sein Wieso behakt ihr euch so Was soll der Scheiß Was soll das echt Wieso fährst du da jetzt im Kreis Du Vollhorst Los Top Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Gott, hier ist schon wieder alles voll. Und mein Dengenzer ist auch gleich voll, mein Zwischenlager. Ah, nein! Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Ja, ich meine die Zeit, die Stufe steht auf 5. Das ist klar, dass da natürlich schnell produziert wird und viel produziert wird. Aber so schnell, so viel. Okay. 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 Dei von drei bleiben da stehen, do wem noch in brettitto paletten weg. Dann kann hier auch weiter produziert werden. Dann gucken wir mal was wir mit den ganzen Hack schnitzeln machen wie hier angefallen sind. Ich hatte hier immer noch sechs Silo habe ich weg gerissen weil hier meine zwischenager steht jetzt habe ich kein hakschnitzel silo mehr blätter verletzen sehr schön nein das wollte ich ja gar nicht wollte ich auch nicht wie kriegt das wieder aus da so benutzt das ja sonst nie hier geht mir auf den keks jetzt so langsam da oben jetzt die nächsten 400 jahre kann ich jetzt hier gefühlt wahrscheinlich paletten bauen so 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 jetzt ist hier wieder chaos die sich hier wieder gegenseitig im weg stehen so der hat heute auch irgendwie hat's heute nicht leicht da hinten kommt mein abfahrer von richtung fällt 45 doch schön zu sehen wie das so automatisch läuft da fährt er das finde ich klasse das macht spaß so oh nicht schon wieder leute ihr geht mir auf die eier echt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020